Auch du hast mit Sicherheit irgendwann privat schon mal Dinge verkauft und hast dich vielleicht auch dabei gefragt, ob du darauf eigentlich Steuern zahlen musst. Die Antwort bekommst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und ich glaube, jeder von uns hat irgendwann mal privat irgendwelche Gegenstände oder Dinge verkauft. Und ehrlicherweise ist bei Privatverkäufen der Übergang zu einer gewerblichen Tätigkeit irgendwie ja auch fließend. Und natürlich muss man sich da anschauen, wann man eigentlich wie steuerpflichtig wird, denn du kannst nicht jeden Privatverkauf steuerfrei haben in beliebiger Höhe, Anzahl, Frequenz usw. Welche Regelungen da genau gelten, schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Schauen wir uns ganz am Anfang erstmal die Definition von einem Gewerbebetrieb an, weil auch private Verkäufe, wenn die ganz häufig passieren, könnten ja unter Umständen irgendwann vielleicht mal selbstständig sein. Und die Definition von einem Gewerbebetrieb steht in § 15 Absatz 2 Einkommenssteuergesetz und da steht genau. Eine selbstständige, nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht Gewinn zu erzielen unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, ist Gewerbebetrieb. Da sind zwei Punkte, die besonders wichtig sind. Einmal eine nachhaltige, selbstständige Tätigkeit. Auch wenn du es als Angestellter für den Chef machst, dann ist das keine selbstständige Tätigkeit. Und die Absicht Gewinn zu erzielen. Das heißt, wenn du einmal deinen Dachboden aufräumst oder deinen Keller und die Sachen auf Ebay verkaufst, ist das überhaupt kein Problem, das ist keine nachhaltige Tätigkeit. Wenn du aber 2, 3, 4 Dachböden pro Monat aussortierst, dann fragt sich das Finanzamt natürlich vollkommen zu Recht, ob das nicht vielleicht eher ein Gewerbe ist und woher du die ganzen Keller und Dachböden hast. In den allermeisten Fällen gibt es keine Gewinnerzielungsabsicht. Wenn ich z.B. irgendwas verkaufe, was ich auf meinem Dachboden finde, dann sind die Anschaffungskosten von diesem Möbelstück ja viel, viel höher als mein Verkaufserlös. Das heißt, ich habe gar keine Absicht, damit tatsächlich einen Gewinn zu erwirtschaften, sondern ich möchte einfach nur Einnahmen, also einen Umsatz generieren. Und immer wenn diese Voraussetzungen nicht vorliegen, dann musst du auch keine Einkommensteuer zahlen. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, für die Umsatzsteuer gelten tatsächlich ein bisschen andere Regeln. Bei der Umsatzsteuer geht es auch um eine selbstständige, nachhaltige Tätigkeit, aber es geht darum, Einnahmen zu erzielen. Das heißt, da ist die Gewinnerzielungsabsicht egal. Das bedeutet, dass es unter Umständen tatsächlich sein kann, dass du keine Einkommensteuer zahlen musst, die aber trotzdem mit der Umsatzsteuer beschäftigen musst. Allerdings gilt das Ganze nur für selbstständige Tätigkeiten, also wirklich eine nachhaltige Tätigkeit. Wenn das bei dir nicht vorliegt, dann musst du dich weder mit der Umsatzsteuer noch mit der Einkommensteuer beschäftigen. Immer wenn das Ganze nicht vorliegt, dann liegt ein Privatverkauf vor. Das heißt, dann verkaufst du etwas aus dem Privatvermögen und machst damit irgendwie Einnahmen. Und diese Privatverkäufe sind in den allermeisten Fällen steuerfrei. Und was du genau prüfen musst und unter welchen Umständen du gegebenenfalls doch Steuern bezahlen musst, das gucken wir uns mal im Detail an. Und als erstes schauen wir uns die Gegenstände des täglichen Gebrauchs an. Das heißt, das, was man klassisch auf dem Flohmarkt oder Ebay Kleinanzeigen verkauft, aber auch z.B. gebrauchte Autos oder gebrauchte Kleidung, die du auf Vintage verkaufst, oder gebrauchte Spielsachen, die du weitergibst, weil das Kind zu groß geworden ist usw. All die Dinge des täglichen Bedarfs, die kannst du steuerfrei verkaufen. Da musst du dir gar keine Gedanken machen. Diese Gegenstände sind immer steuerfrei. Bei allen anderen Gegenständen, also nicht den Gegenständen des täglichen Bedarfs, das heißt, wir reden hier über z.B. Sammelkarten, Sammelfiguren, Briefmarken, antike Möbel usw. All diese Gegenstände sind unter Umständen steuerpflichtig, allerdings auch nur dann, wenn du einen Gewinn machst. Also immer dann, wenn du zwischen Ankaufspreis und Verkaufspreis einen Verlust machst, dann musst du auch keine Steuern bezahlen. Das ist auch relativ logisch. Du zahlst nicht deine Steuer auf den Verkaufserlös, also auf den Umsatz, sondern auf den Gewinn. Deswegen musst du immer die Anschaffungskosten und die Verkaufskosten gegenüberstellen. Und immer, wenn du einen Verlust gemacht hast, zahlst du natürlich auch keine Steuern und darfst das Geld aus dem Verkauf natürlich vollständig behalten. Wenn du allerdings einen Gewinn machst, dann musst du schauen, wie lange hast du diesen Gegenstand denn besessen. Also z.B. einen antiken Schrank. Und wenn du diesen Schrank länger als ein Jahr besessen hast, dann kannst du ihn auch mit Gewinn verkaufen und musst keine Steuern bezahlen. Dieses eine Jahr, das ist die Spekulationsfrist. Und alles, was du länger hältst, ist grundsätzlich steuerfrei, selbst wenn du damit hohe Gewinne erzielen solltest. Das heißt, wir schauen uns jetzt die Dinge an, die du privat verkaufst, mit denen du einen Gewinn machst und die du innerhalb eines Jahres kaufst und verkaufst. Und immer dann hast du eine Freigrenze von 600 €. Das heißt, du kannst mit privaten Verkäufen einen Gewinn machen in Höhe von 600 € pro Jahr. Wenn du dann über 600 € liegst, also 601 €, dann musst du komplett versteuern und zwar die 601 €. Das heißt, die 600 € ist kein freier Betrag, sondern eine freie Grenze und du musst dann alles versteuern, sobald du sie überschreitest. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und habe dir deine Frage beantwortet. Wenn du gerade in diesem Video festgestellt hast, dass du unter Umständen selbstständig bist, dann such dir idealerweise einen Steuerberater. Wir sind so ein Steuerberater, spezialisiert auf Freiberufler und Selbstständige und helfen dir gerne weiter. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst, aber du kannst natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ja, gerne, danke! Vielen Dank.